Hallo meine Freunde und somit wieder herzlich willkommen mit Little Nightmares. Ja, ich bin auch schon in diesen Lüftungsschacht reingegangen, damit ich schon mal ein bisschen weiter vorwärts laufen kann. So, die Lampe haben wir ja gerade schon angemacht. Ich habe leider ein bisschen vorgemuckt. So, aber lassen wir mal weiterlaufen. Hallo Ratte! Oh! Wo kommt der denn jetzt her? Der war doch zuletzt in der Bücherei. Aha. Scheint es mir doch ein bisschen schnell zu sein, mein Junge. So, also muss ich hier aufpassen. So, da kommt nichts raus. Okay. Oh, okay. Er wollte nach der Ratter greifen. Ja, nee, nee, fass das Rohr an. Fass das Rohr bitte wieder an. Nö, 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 nö. Ja, sehr schön. Ah, guck mal. Sehr schön machst du das, sehr schön. Eieiei, jetzt muss ich aber vors... Ratte, Mann, das kannst du nicht machen. Was ist das? Rattenkacke oder was? So, komm, lass es weiterlaufen. So, Sex. Be careful. Scheiße. Juhu. Oh, was? Ey, komm, willst du mich krass verarschen oder was? Ja, klar. Er ist blind. Genau. Gibt dir gleich blind, ey. Alter. Was denn? Der ist viel zu schnell. Juhu. Noch geschafft. Gerade noch so. Nee, nee, nee. Ja, bitte, bitte. Hack ihn die Arme ab. Nein, nein. Okay, wir gehen mal lieber hier rauf. Seine Arme sind ja wohl doch ein bisschen zu lang. Ähm. Hallo. Hack ihn die Arme ab. Puhu. Heilige Scheiße. Wo muss ich denn hin? Ähm. Ich komme hier gar nicht lang. Sag mal. Ah, fuck. Was muss ich denn jetzt machen? Äh, gute Frage. Nächste Frage, ne? Fuck. Ich verstehe gerade gar nichts. Ähm. Weiß nicht, ob ich hier irgendwo was machen kann. Kann ich an ihm vorbei? Nee, ne? Oh. Okay. Ja. So. Aber. Nein. Oh. Warum steht denn die Figur auch gleich da? Leute, ich werde jetzt erstmal versuchen, äh, einen Weg zu finden. Bis dahin melde ich mich. Ach, das funktioniert. Oder? Also zumindest griff die Kleine zu. Mal gucken. So. Nochmal. So, da geht die erste Hand hin. Genau. So, mal gucken. Wenn die zweite Hand hier hoch geht. Oh, oh. Okay. 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 Das. Okay. Da ist die eine. Dann geht die andere dahin. Er beschützt den Käfig. Kann das sein? So, los. Komm. Versuch mal was. Oh, tatsächlich. Es funktioniert. Ähm. Und jetzt? Okay. Das. Ähm. Okay. Das war noch nicht alles. Ich glaube, ich muss noch eins zerstören. Aber wir sind zumindest drauf gekommen. Also. Also. Ich habe hier jetzt, glaube ich, keine Ahnung, zehn Minuten drin verbracht oder so. Und endlich funktioniert ja etwas. Los. Kommt das nächste. Arme ab. Sag ich doch. Ne, ne, ne. Don't touch me, Alter. Ha, ha. Ha, ha. Na. Das war zu viel für dich, ne? Ah. Liegt er noch da? Okay. Keine Ahnung. Aber zumindest können wir jetzt hier oben rauf. Na los, komm. Mann, 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 ey. Okay. So, komm, Kleine. Six. Puh. Also, ich habe damit echt nicht gerechnet, dass ich die Kiffi zerstören muss, ne? Also, klar hätte man sich das denken können. Ah, Errungenschaft freigestellt. Das versteckt. Aber ich bin gerade echt nicht drauf gekommen, ne? Das war jetzt einfach nur, um etwas auszuprobieren. So. Next Level. Oh, nein. Komm, steh auf. Na los. Feuerzeug an und weiter geht's. Mann, du musst ja nicht immer so einsam sitzen. Ich bin noch bei dir. Six. Ach, und das Wasser schön ins Gesicht. Super. Oh, kann ich damit? Ja. Und spring und festhalten. Ey. Ey. Nimm mich mal mit. Ah, schade. Geht nicht. Was ist das? Ist das eine Leiche? Hallo. Naja. Und mit. Danke. So. Was haben wir jetzt hier? Wo bleibt denn der Koch eigentlich? Da oben. Ja, Mann. Nice. Hallo, Fett, sag ich. Ich bin gleich da. Geil. Okay. Alter, wer soll das denn alles fressen? Jo. Das sind viele Leichen, würde ich... Siehst du, kaum sie zicks Leichen hat sie auch schon wieder Hunger. Mann, 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 ist das blöd. Ja, komm, vielleicht wird mal wieder das kleine Mädchen, das uns wieder etwas zu essen bringt. Oder du nimmst die Ratte. Nimm die Ratte. Na los, komm. Oh, siehste, sag ich doch. Nimm die Ratte. Alter, ist das brutal. Ernsthaft jetzt? Ist die Ratte jetzt wirklich in eine Falle gelaufen? Ja, dann gibt es halt jetzt groß... Nein, komm. Six. Alter, ist das brutal. Wir müssen jetzt die Ratte fressen. Ja, komm, du musst... Alter, schaut weg, Leute. Krasser Scheiß. Also, Six, das war's, ne? Also, du warst mal süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Fresse, du hast aber auch Hunger. Kann es sein, dass du ein kleiner Vampir bist oder sowas? Eine kleine Vampirin? Ach, guck mal, wie sich die Leichen hier bewegen. Nice. So, Feuer. Immer Feuer machen. So, hier befindet sich nichts. So, da muss ich höchstwahrscheinlich das Ding umkippen. Dann komme ich da weiter. Jupp, push it. Nice. Komm, Feuer wieder an. Wir brauchen immer Licht. So, hier befindet sich nichts. So. Hallo Koch, ich habe Hunger. Kannst du mir bitte etwas geben? Ach, guck mal, wir schieben gleich mal weiter. Ui, hier. Rutsch nicht weg, Alter. Ah, das sollte ja ausreichen. Wir müssen da eh nur rauf. Hört ihr das? Ja, Mann. Er ist da. Er ist da. Mein geliebter Koch. So, aber jetzt müssen wir leise sein. Ja, Mann. Komm, wir gehen lieber hier rein. Hallo. Wie geht es dir stets? Ja, genau. Junge, du siehst so richtig motiviert aus. Allein wie die Physik arbeitet hier mit seinem Fett ist... Das gefällt mir einfach. Na, was ist das? Alter. Allein wie er atmet, ne? Er ist ja kaum ein bisschen geschnitten. Und schon kann er nicht mehr. Ja, genau. Mach euch weiter. Du machst das super. Fünf Sterne Koch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, er darf mich nicht sehen. Oh. Oh, er hat mich gesehen, Leute. Alter. Auch dieser Schrei von ihm. Ich finde den nice. Ja, genau. Du kannst nicht mehr. Du, das waren fünf Meter. Das war ein neuer Weltrekord. Ruhe dich lieber aus. Komm, wir müssen weiter. Phew. Auch die Grafik. Nice. Ah, Unglaub. Oh Gott, wir müssen... Äh, nee, nee. Komm mal lieber in die andere Richtung. Oh Gott. Er riecht mich. Kann das sein? Er riecht mich. Er riecht mich. Lauf, Alter. Lauf. Jupp, haben wir geschafft. Ja, ja, komm. Hier, komm. Fünf Sterne Koch. Ups. Fang an zu schreien. Na, komm. Komm mal hier, dein geliebter Wein. Nein. Oh, nein. Das war eigentlich mein Checkpoint, aber... Ähm, warte mal. Also, das muss ich nochmal anmachen. Oh. Oh, scheiße. Na? Okay, er schreit mir. Naja, drauf geschissen. Wir finden ja auch noch andere. Na, komm. Hey. Über dir. Ei, da hängt ein Schwertfisch. Na, wow. Ist das ein Hai? Okay. Ähm, hier geht's nicht weiter, Leute. Das ist blöd. Bevor mir doch was passiert, speichern wir lieber. Das heißt, ich muss doch runter. Ja, komm, du... Du musst nur das Feuer machen. Ah! Irgendwie macht das nicht mehr so richtig. Na, komm. Ist egal. Ist egal. Er hat mich gesehen auf jeden Fall. Ja, ja, komm. Greif ruhig nach oben. Ja, er sieht mich. Oh, hier. Guck mal. Deine schönen Zutaten, weißt du? Ei, bisschen riskierbar. Oh, fuck. Scheiße. Kann passieren. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir wieder das Feuer anmachen. Na, los, komm. Na, ja, komm. Ups. War ich das jetzt da? Yes. Na, los, komm. Fang an zu schreien. Komm, ich möchte es nochmal hören, bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass das Spiel nicht so lang geht, ne? Schade. Wunderschön umgesetzt. Aber, naja. Ah, ich glaube, da kommt doch bald irgendein neues DSC. Ich bin schon gespannt. Ach, guck mal, da oben können wir Lichter machen. Na, komm. Genau. Hier rauf und rüber. So, Lichter. Danke. Danke. Ach, ja, 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 ja. Ja, komm, Tür öffne dich. Bin mal gespannt, ob der Koch noch... Oh, Mann. Bin mal gespannt, ob der Koch noch weiterhin kommt. Denn ich kann... Okay, es funktioniert zumindest der Aufzug. Aber wir gehen nochmal hier links hin. Gucken mal, was dort ist. Schrank können wir nicht öffnen. Gucken mal, haben wir hier was drin? Oh, Gott. Ich glaube, wir sollten mal lieber leise sein. Kann das sein? Scheiße, was ist das? Ist das die Frau vom Koch? Hey, komm. Wo bist du denn da? Ah, komm mal, hier können wir hoch. Oh, nein. Ich will dich angucken. Das... Oh, nein. Das ist ein... Das ist ein Spinnungsbruder. Scheiße. Wo muss ich da lang? Okay, ich vermute mal rechts lang. Denn... Dort befindet sich ja nichts. Krass. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Frage ist, warum muss ich jetzt hier eigentlich... rein? Oh. Ich komme hier gar nicht rauf. Na, dann gehen wir halt aufs Bett. Ist mir auch egal. Hier ist ja gar nichts drin. Warum sollte ich denn hier rein? Muss das fette Schwein irgendetwas machen? Hallo, Mr. Koch, wo sind sie? Ich glaube, das möchte ich gar nicht wissen. Komm, wir gehen hier einfach rein. Ja, sehr schön. Hm, das war ja komisch. Das war ja echt komisch. Ich weiß gar nicht, wofür der Koch jetzt da war. So. Was? Okay, ähm, jetzt sind wir ja wieder dort. Hm, was muss ich machen? Was muss ich machen? Hm. So, da ist unser kleiner Koch. Nee, nee, du hast mich nicht gesehen. Ja, ja. Warum... Warum seid ihr denn jetzt da? Hey. Ach. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel, Leute. Das ist das, was ich benötige. Ah, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Oh, scheiße. Nur Rutsch. Ja, los, komm. Kuschel mit mir. Scheiße. Ich brauche einen scheiß Schlüssel. So, und der Schlüssel befindet sich... Ich denke mal, bei dem anderen fetten. Das heißt, wir können wieder hoch. Der Schlüssel muss sich irgendwo dort oben befinden. Ich habe den, glaube ich, übersehen. Na los, komm, geh auf. So, er stift natürlich wieder. Ja, ja, schlaf ruhig weiter. Schlaf bitte weiter. Da hängt der. Ach, Mann. Ja, ja, komm. Mach das Licht an. Mach das Licht an. Oh, der sieht so süß aus. So, ich glaube, ich muss... Gucken. Oh, ja, das kann passieren. Bitte. Na los, komm. Ich glaube, ich muss zuerst aufs Bett. So, aber wir laufen da jetzt erstmal wieder hin. So, wir sind jetzt hier schon auf dem Bett. Yippie. Ach, macht das Spaß. Und rüber. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Also, hätte ich doch einfach nur hier ran gehen müssen. So, ein Quatsch. Hätte ich das mal gleich ausprobiert. So, aber wir haben den Schlüssel, Leute. Der Rest ist egal. So, los, komm, das schaffen wir. Können wir... Okay, so können wir nicht auf den Boden lang rutschen, wenn wir uns Schlüsse tragen. Scheint zu schwer zu sein. So, und es geht runter. Sehr schön. Wir sind jetzt gleich weiter. Ja, lauf wir schon weiter. So, los, komm. Wir haben es gleich geschafft. Oh, da ist er wieder. Alter. Du musst dringend abnehmen. Dringend. Das kann sich ja keiner mehr mit anhören. Na los, komm. Na, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. So, los, rein da, rein da, rein da, rein. Schnell, 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 schnell. Ähm... Du hast nichts gehört. Mach dein Essen weiter. Sehr schön. Puh. Das hätten wir. Sehr schön. So, meine Freunde. Ich würde sagen, das war der Koch. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wie gesagt, viel bleibt nicht mehr übrig. Ich denke mal, höchstwahrscheinlich danach noch zwei Folgen und dann haben wir das Spiel auch durch. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat natürlich die Folge mal wieder gefallen. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall das nächste Mal nochmal rein und ich danke euch allen. Ich danke euch für die Abos, für die Likes, für die Kommentare. Es freut mich immer wieder. Ihr macht mich glücklich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.